Jo, moin und herzlich willkommen zurück zu League of Legends mit Fabi natürlich und auch mit Juvelas, Juvelas LP. Naja, einer davon. Thumbs up. Und Captain Flow. Genau. Abend. Den kennt man ja von mir. Also hier Left 4 Dead und Borderlands und was hast du noch mitgespielt? Das war's, oder? Bisher war's das. Ich hoffe, das wird noch mehr. Ja, bestimmt. Vielleicht. Ich weiß noch nicht so genau. Die Gehaltsansprüche müssen noch geklärt werden. Genau. Aber trotz alledem, da das Video auch auf meinem Channel hochgeladen wird, ich spiel hier einmal mit, jetzt muss ich das aus dem Kopf können, mit 2998 Wert ASDF, meine ich. Ja, korrekt. Ja? Ja. Mit denen spiel ich jetzt hier zusammen. Und ohne Balaz, weil Balaz ist doof und der trifft sich mit Freunden. Der hat Freunde. Oh Gott, der hat Freunde. Stellt euch das vor. Mit Real Life. Naja, es ist Ascandra, also nicht wirklich Real Life, aber... Ja, gut. Den hat übrigens auch aus Left 4... Nein, nicht Left 4 Dead aus... Nein, aus Borderlands. Aus Borderlands, stimmt. Aus Borderlands kennt. So, aber wir spielen dann jetzt mal hier eine Runde, Loi. Das machen wir mal. Absolut. Hab ich gehört. So, warte, Top war ja hier. So, Fabi, hast du deinen Black Screen wieder hinbekommen? Ja, ja, nee, nee, passt. Alles geht. Ja, ja, nee, 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 nee. Was willst du? Äh, also, stimmt. Was willst du? Äh, den Stun, bitte. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, es ist das Q. Oh, Flo, ich fühl mich so, als ob ich in deinem Wolf stecken würde. Du bist heilend. Sieh wie im Wolfspiss, ja? Ja, quasi. Den Stun. Den Stun, genau. Single Top, das mag ich ja gar nicht. Da. Musste du ich. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin mit 10 Toten und einem Kill oder so. Kein Problem. Nicht in den Wald pissen. Warum nicht? Auf, das stinkt immer so. Ich bin Hund, ich darf das. Räudiger Wolf, du. Räudiger Wolf? Räudiger Wolf. Wolf, fantastisch. Auf jeden Fall. Boah, ich hasse die ersten Minuten in LOL, übrigens. Ja, da sterb ich so schnell. Und wartet. Und wartet. Und man weiß nicht, wo der Gegner ist. Ich trau mich nämlich schon gar nicht, mein Wort zu setzen. Ja, ist auch noch viel zu früh. Ja, ich hab ja gleich mein Gratiswort. Was soll denn erschienen? So, wenn gleich kommt First, äh, erster Tod, dann wisst ihr echt was. Also ich bin gestoppt. Kriegen wir hin. Ja. Oh hier, Dubstep Tarek. Dubstep. Bitte jetzt hier geniale Dubstep Musik einspielen. Erinnerung an mich. Dubstep Musik. Memo an mich selbst. Und check. Da smitet der Flow. Und jetzt geht's ab auf die Lane. Wir spielen gegen Ezreal und Kha'Zix. What the fuck? Oh, und ich vergesse schon wieder zu Last Hitten. Und schon wieder. Ich bin zu inkompetent dafür. So, jetzt. Ne, ich wollte gerade sagen. Sagen wir ganz bewusst die Lacks noch nicht, die man hat. Hier drin oder? Ja, da drin. Da drin ist gut. Und wen hab ich denn hier? Ich hab nur einen Autowar. Ähm, keinen Autowar. Ich hab einen normalen Wort. Was ist denn das da? Doppeljungler? Das ist Jace. Jace. Was, Doppeljungler? Das wär ungewöhnlich. Zweimal Smite dabei. Kha'Zix und L ist da auf Gegnerseite. Ach nein, wieso skill ich den nicht meine eh, ich Idiot? Schön. Wie viel Gold kriegst du eigentlich beim Last Hitt? Äh, kommt immer aufs Minden drauf an, was man hittet. Ja, bei dem normalen halt. Meistens um die 25 rum, glaub ich. So, und als nächstes den Heal. Ja, Rob. Nee, 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 nee. Ich krieg 19 Gold noch. Gut, ich hab ja auch noch keine Runen. Na, das mal. Hab, alles, ob ich Runen hätte. Nein, aber... Juvie hat ja gesagt, er kriegt so 25. Ne, ich denke, das hängt mit seinen Runen zusammen. Alter. Äh, ich wollt den kaputt hauen. Und du bist ein Taric, du machst nicht so viel Schaden. Ja, das war ein Wort. Achso, den Wort brauchst du kaputt hauen. Ich wollt den Wort kaputt hauen. Ich könnte mal eben ein Wort setzen, fällt mir da aber auf. Hm, 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 hm. Oh, zu spät. Oh, Dreck. Ah, ich hab schon Mana-Probleme. Snacks ist ein Stun. Hm, immer auf Ezreal hauen, bitte. Auf Ezreal, bitte. Gucken wir doch mal. Wow, das war knapp daneben, Minion. Nee, keine Shyvana. Nicht jetzt schon. Aber unten ist sehr gut gankbar. Unten? Mhm. Oh, komm ich doch mal runter. Lauf, Wölfchen, Lauf. Ist er gewordet? Nein. Würde ich zumindest denken. Hier in dem Busch ist ein Wort drin. Wer ist denn der? Da ist das uninteressant. Aber den anderen weiß ich nicht, ob wir da einen gestellt haben. Nö, haben sie nicht. Okay, drauf. Wer kackt. Nö. Die Sache bringt bei Warwick noch nicht so wirklich Fälle. Ja, Präsenz zeigen. Geil. Relikt-Shield ist irgendwie geil. Ja, das ist awesome, das Alter. Alter, bei TwoGov muss ich die ganze Zeit an Harry Potter denken, wenn der seinen komischen Spruch ablässt mit Angst vor der Dunkelheit. Was, nicht Alistair jetzt hier? Keine Ahnung. Wollte auch mal ganken. Präsent sein, ne? Ich sage, die spielen Double Jungle, oder nicht? Ne, K6 war eigentlich immer unten. So. Dann wechseln wir sich ab. Was macht das für einen Sinn? Alter, meine Mana. Unstimmigkeiten im Team. Das kann nie gut ausgehen. Das endet noch tödlich. Ich sage es euch. Au, ein Leck. Noch ein Leck. Bestimmt nicht gleich tot, weil es so geleckt hat. Nö, noch geht es dir ganz gut. Dann ist es ja gut. Es scheint doch gerade nicht zu lecken. Wo kannst du sagen, also ich merke von Lecks irgendwie gerade nix. Nö. Nö, ich hatte gerade zwei kleine. Also ob die mich im Burrwisch sehen würden. Och Mann, ich treffe ihn nicht mit meiner Kuh. Warte, haben alles da? Na komm. Oh lol, da war schon wieder ein Leck. Ah, ich habe meine Ulti, sehr schön. Erstmal Minions fressen. Säcke, alle kriegen Zero Ulti. Ich arm ein kleiner Jungler hier. Boah, ich bin auch noch Stufe 4. Bist höher als die Botlane. Das ist aber normal, weil wir halt zwei auf der Lane sind. Ja. So, und ich erhöhe jetzt am Anfang immer den Stun, oder? Ja. Also willst du mehr Stun, oder? Stun ist gut. Ich meine Healer, ich habe jetzt jedes einmal. Hm, das ist auch gut. Nein. Ich brauche mehr Mana. Nicht schlecht. Lol. Da hat schon jemand den First Kill gemacht. Ja, unsere Cassio. Mampf, Mampf, Mampf. Was, Mampf? Ja, ich habe erstmal gemampft. Ein bisschen Hunger hier stellen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Eben. Quasi. Minions, nicht Milchschnitt. Ja, so ist... Lol. Das leckt schon wieder bei mir. Krass, Ramp. Willst du geheilt werden? Ja. Genau solche Lecks werden mich noch irgendwann umbringen. Und mein Mana-Problem bleibt bevorstehend. Die haben hier wahrscheinlich gewordert, so wie es aussieht. Soll ich dir mal scannen den Busch? Warum nicht? Warum nicht? Kannst du machen. Die haben hier nicht gewordert. Oh, der eine hat Heal und hat eine Heal dabei. Ja, Alistair hat eine Fähigkeit dazu zu heilen. Bist du der Support, oder was? Jo. Mampf, 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 Mampf. Cassio räumt auf. Oh, ist doch gut. Hast du einen zweiten Kill gemacht? Ja, ich komme mal zu euch runter. Ich habe auch ult. Dreck. Oh, schade, der hinkommt. Ich versuche mal von hinten zu kriegen. Flow, 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 flow. Sehr gut. Leisure bleiben. Sehr schön. Gigi. Und Alistair ist weg. Kriegst du da oben? Ja. Geht. Geht. Sieht nicht so aus, als würde ich ihn bald killen, aber zumindest killt er mich auch nicht bald. So, ich gehe jetzt mal kurz back. Darf ich den Langleiter pushen? Ja, sei mal vorsichtig. Gut gespielt, flow, übrigens. Oh. Ich hatte jetzt auch noch nicht sehr viele Möglichkeiten, ihn anzugreifen, nachdem er Fernkämpfer ist und mich dann immer direkt anhittet. Ja, sobald die Ulti ready ist, komme ich mal hoch zu dir, deswegen dann auch mal auseinandergrupfen. Ja, bin ich dabei. Ja, hoffe ich doch mal. Wäre schlecht, wäre nicht. Lass dich dann da. So, du machst das, nö, ich gehe dann mal weg. Tschüss. Am besten wäre es in 55 Sekunden. Ah, 25, aber dann kriege ich meinen Jungle noch. Ja, weil dann habe ich auch meine Ulti wieder und dann kann ich ihn fressen. Nachdem du deine Ulti draufgehauen hast, kann ich ihn dann auch fressen. Na, Hackfleisch quasi. Genau. Gehäckselt. Oh leid, hat der mich stunnen können? Hat sich gerade so angefühlt. Schade. Ich habe solche krassen Mana-Probleme jedes Mal wieder. Wäre immer am Anfang. Ja, klar. Wann sonst? Ja. Wenn der K6 jetzt hinkommt, kommt der hoch zu dir? Weiß ich nicht. Ich komme mal wieder runter. Ich würde sagen, ich komme mal. So, ich noch zwei Sekunden. Und da bin ich bereit. Ja, war der im Busch geworden? Ja, ich spring mal drauf. Nein. Scheiße. Ah, bin ich schnell genug. Geht doch. Das ist ein Ruf. Mann, die hier unten überleben, haben wir mit so viel Glück so knapp. Dankeschön. Bitteschön. Ah, super. Geh weg mit deinem scheiß Speer. Sollte ich mal weggehen? Ich sollte mal weggehen, weil jetzt, wo er sowieso gerade weg ist, gehe ich mal eben weg. Okay. So, und ich hole mir als erstes mal dieses hier. Wo ist es? Der ist mir hier. Starb der Zeit, Alter. Und wieder zurück. Immer doch. Nice. Er will jetzt bestimmt bald Rache üben. Ah, Kassio will dir helfen. Ah, die ist jetzt ja auch schon gut gefeedet. Ist aber auch schon zweimal gestorben. Ich könnte hier hinten Wort aus dem Gebüsch plücken, aber bringt nix. Ich fände es cool, wenn sie hinzufügen, dass umso weniger Leben der Wort hat, umso kürzer hält. Na, ich glaube, der K6 kommt zu euch runter. Ich bin auch mal auf dem Weg. Okay. Wir gehen mal back. Sonst fehlt der Wort da oben auch. Alter, ich habe gar nicht gemerkt, dass Kassio Payer da angegriffen hat. Ich habe es doch noch gesagt, dass sie vorbeikommt. Ah, guck mal. Ja, dass sie vorbeikommt, ja, aber nicht, dass sie angreift. Flur kommt zu uns hier runtergelaufen, genau. Ah, Dreckskerl. Au. Ah, meine Fresse. Ah, ich habe Faschen gehealt. Das ist ein komische Ball vor ihm, der macht ganz ungut Damage. Gott, super. Ich wüsste mal ein bisschen was eintöten, damit du Leben kriegst. Und Leben bekommen, Leben bekommen. Sehr gut. Ich gehe trotzdem eben back, weil ich keinen Wanner mehr habe. Ich habe auch keinen Wanner mehr. Sehr schön gespielt, Freunde. Dann geh du doch auch back, Fabian. Au. Und... Was hat mein Typ hier oben eigentlich für eine Ult? Heal ab. Ult, bei ihm? Waffen wechseln oder was war das? Ja. Die hat er aber von Anfang an. Gut. Oh, guck mal, das war weg, aber da ist noch ein Tower. Ich sehe es. Oh, und da kommt einer. Da ist Nidalee. Soll ich helfen? Nee, die ist zu schnell. Kommst du nicht mehr. Die ist ziemlich fix unterwegs. Ich kann erstmal wieder ein bisschen junglen. Ich habe wieder Ulti. Was bringt die? Man fragt da. Meine Ulti? Dann stunt er jemanden und haut auf ihn drauf. Kannst du oben bitte einmal worden? Das ist ziemlich geil. Ich? Ja. Ist geworden bei mir. Achso, jetzt habe ich euch wieder vertauscht. Das passt nicht, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Passt schon. Hoffe ich mal. Oh ja, alles gut. Äh, die kommen gerade hoch. Dreckskerl. Wahrscheinlich. Oder Wolken. Dann halt nicht. Ich pauke ein bisschen, alles gut. Ich sollte unbedingt mal einen Minion fressen, mal wieder. Okay, wenn ich aber zu mal was hole, damit du ein bisschen Leben kriegst. Ja, klar, mach mal. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen, nee. Leben ist Leben. Also, zumal du ja noch healen kannst. 23. 36 kriegst du. 36 Leben. Ja. Okay, meiner fehlt. Stun mal S, wenn du kannst. Meiner fehlt hier oben, glaube ich. Ich sehe ihn schon, ist nicht mehr. 36 ist wieder in der Mitte. Okay, Stun. Ah, da hast du gerade gepennt. Ja, nee, der war nicht in der Reichweite. Der war direkt am Rand. Ah, okay. Das war viel zu wenig, das war's ja. Das war knapp. Wo ist mein Typ? Wahrscheinlich backgegangen oder so. Nein, wo hat er drin? Wo hat er dann mich angreifen können? Na, sein Coup haut er da einfach so rein. Okay, Niederle ist bei uns unten. K6 ist auch, glaube ich, auf dem Weg. Nee, der ist Mitte. Nee. Ah, meiner ist wieder da. So, komm, hier Niederle. Wirk mal ein Speer. Mach scheiße. Der K6 ist mit zu seinem Tower kuscheln. Scheiße. Schaff ich den Drachen schon alleine? Ich glaub nicht. Soll ich noch irgendwo horen? Gebüsch hier? Soll ich euch denn in Elister mustern? Oder die Niederle? Ich will, dass Niederle mich mal mit einem Speer hittet, aber macht sie nicht. Ich hab nämlich keinen Mana mehr gerade. Ach, und du kriegst... Ah! Du kriegst... Da versucht man, diese Speere zu erwischen, weißt du? Und dann klappt's nicht. Daneben. Ich darf gleich schon wieder ein Board erneuern. Nackisch. Niederle. Ja, ich sollte das auch mal tun. Ja, bitte. Ja, ich krieg übrigens Mana dadurch, wenn mein Schild gebrochen wird. Die führ mir dann eben nach oben irgendwo. Muss ich doch mal wieder einen Kill kriegen. Wie sieht's bei dir und Jace aus? Soll ich da vielleicht nochmal hinlatschen? Ja, wär nicht schlecht. Der war schön, Alistair. Einfach mal schön vom Turm weggehauen. Kann man sich nicht beschweren. Wo ist Ezreal denn eigentlich hin? Ach, der ist Mitte. Alter, dieses komische Portal ist er ersetzt. Sehr gut. So, jetzt hab ich allerdings keine Ult im Moment. Das heißt, ich kann dich wohl ein bisschen buffen, dass du ein bisschen schneller wirst dann alle. und ein bisschen Schaden mit drauf machen. Das war's aber auch. Soll ich rein? Ja, go, go, rein. Das sieht gut aus. Siehst von auf der Map, aber das sieht gut aus. Ich bin nicht so schnell. Ja, der ist beim Tower. Ich hol mir ein bisschen Leben. Ich wollte gerade sagen, du kriegst du ein bisschen Life dazu. Gut gespielt, Fabian. Schön gemacht. Ja, gerne. Nein. Apropos gut gespielt, ich muss ein Wort ersetzen. Hier oben. Schon gebüsch, oder? Sollst du sonst mal back gehen? Ja, das wäre eine gute Idee. Vor allem, weil ich auch schon recht viel Geld wieder hab. Halte ich hier die Lane so lange? Ich weiß nicht, soll ich defensiv oder offensiv gehen? Defensiv, bitte. Gut. Dann fang ich mit dem freunden Herzen, nicht mit dem Handschuh an. Es ist einfach gut, noch ein Tank-Team zu haben, für den Fall der Fälle, weißt du? Ja. Oh, ich sollte irgendwann auch einkaufen gehen, ich hab 3,5k Gold. Ja, das wäre doch eine Idee. Das stimmt wohl. Ich kauf dir ganz viel AP. Oh ja, so wie ich, ich geh auch voll auf AP. AP und live. Flow, dein Blue wurde geklaut. Hm, ich hab hier oben aber gerade... Hier sind 3, 3, 3 oben. Ich komm mal hoch. Ich auch. Also, ich hab noch 5 Orts in der Tasche, beziehungsweise zu. Alter, ich würd weggehen. Ja, gut. Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Kassi und ich. Wird auch nötig, die sind zu viert hier. Der K6 spuckt da nämlich auch noch irgendwo rum. Und alles da ist unten weg. Was haben wir denn an den Gegnern? Ah, jetzt kommen die alle runter. AD, AP, AD, AD. Ah, wo laufen die denn hin? Schön. Schön. Komm her. Ja, ANP, Freunde. So, wie sieht's aus, wenn wir einen Dragon machen? Mach lieber Dragon, ich push bot. Äh, top. Gut, Dragon. Dragon, bist du unten jetzt hin? Ja, doch. Loy. Loy. GG. Soviel denn dazu. Na ja, dann. Schöne, schöne Runde. Schnell und kurz los. Oder schmerzlos. Schmerzlos. Kurz los finde ich auch schön. Schnell und kurz los. Unbedingt. Tja, dann. Voll auf den Sack, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Bis dann. Tschüss. See ya.